Hier präsentieren wir die 5 beste Chefsessel-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bei diesem Modell wird Komfort groß geschrieben, weswegen wir bei unserem Chefsessel-Test an es auch den 6 Platz vergaben. So sind die Polster besonders weich, weswegen man stundenlang sitzen kann, ohne dass man sich wund liegt. Der Kastle bietet außerdem eine Fußstütze, die ganz einfach unter dem Stuhl angebracht ist. Somit stört sie nicht, sollte man normal auf dem Modell sitzen. Die Sitzhöhe kann auch hier stufenlos verstellt werden und liegt bei 47 bis 57 cm. Nummer 4. Dieses Modell gehörte bei unserem Chefsessel-Test zu den teureren. Dementsprechend hochwertig ist der Office 652111 auch und bietet besonders viel Komfort. Immerhin besteht die Rückenlehne gleich aus drei separaten Stützen, die die Wirbelsäule so stabilisieren, dass man garantiert nicht falsch sitzt. Außerdem ist die Sitzfläche vorne und hinten leicht abgerundet. Dadurch entstehen an den Beinen keine Druckpunkte und man sitzt möglichst bequem. Zusätzlich lässt sich dieses Modell noch und a. in der Höhe und im Gegendruck anpassen, weswegen auf dem Stuhl auch unterschiedlich große und schwerer Personen sitzen können. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Dieses Modell bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, weswegen es bei unserem Chefsessel-Test auch an dritter Stelle steht. Trotz der günstigen Anschaffungskosten sitzt man sehr bequem. Schließlich sind die Polster komfortabel und zudem schmiegt sich die Oberfläche aus PU besonders gut an die Haut an. Der Stuhl bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und kann beispielsweise in der Höhe von 112 bis 122 cm variiert werden. Hier wurden darüber hinaus hochwertige Rollen verbaut, die mit PU-Kunststoff ummantelt und damit enorm widerstandsfähig sind. Nummer 2. Wer viel arbeitet, möchte in den Pausen dazwischen auch möglichst gut entspannen. Mit diesem Bürostuhl ist das kein Problem, massiert er den Sitzenden doch mit Hilfe der 6 Massagepunkte. Hiervon befinden sich 4 in der Rückenlehne und 2 im Sitz. Dabei hat man zudem die Wahl zwischen insgesamt 5 Modi und 2 Intensitäten. Bei unserem Chefsessel-Test hat diese Funktion auch bestens funktioniert und dafür gesorgt, dass sich verkrampfte Zonen wieder lockerten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Kings ist die goldene Mitte aus Erschwinglichkeit und Komfort. Er kostet deutlich weniger als die teuersten Modelle, bietet aber dennoch eine ähnliche Bequemlichkeit. So wurden hier doppellagige Lehnen verbaut, die den Körper bestens stabilisieren und auf denen man aber dennoch sanft sitzt. Bei unserem Chefsessel-Test gefiel uns darüber hinaus die Wirtmechanik. Sie lässt sich in 5 verschiedenen Stufen einstellen und erreicht sogar die Sicherheitsstufe 4, während die meisten anderen Drehstühle lediglich mit der 2 oder 3 Stufe ausgestattet sind. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.